Hallo meine Lieben, heute habe ich ein kurzes Video für euch. Es gibt jetzt endlich auch für österreichische Blogger einen Newsletter, wo man dann so Neuigkeiten erfährt, was so aktuell ins Sortiment kommt, Limited Editions. Und ich habe da eine Mail bekommen und zwar gibt es eine, wie ich finde, recht schöne Limited Edition von SheStyleZone. Das gibt es nur bei DM in Österreich, also für alle deutschen Mädels tut mir leid, das würde euch jetzt nicht so sehr interessieren. Ich dachte, ich mache ein kurzes Video dazu und sehe mal, wie es bei euch so ankommt. Und wenn es euch gut gefällt, dann mache ich das natürlich gerne öfters, sofern ich öfters eine Newsletter bekomme. Und wenn nicht, dann eben nicht, also dann bin ich auch nicht böse oder so. Wie ihr seht, bin ich heute ein wenig Pin-Up angehaucht, geschminkt. Der Lippenstift sieht jetzt über das Display total arg aus. Also ich hoffe dann auf YouTube nicht mehr so schlimm. So, jetzt zeige ich euch schnell am iPad, was ich da so bekommen habe. Er ist eine Mail, liebe Bloggerin. Color Your Style, der Frühling kann kommen. Mit der brandneuen Kollektion bringt SheStyleZone frische Farben in eure Schminkkoffer. Ob Lidschatten in zarten Lavendeltönen, Lipglosse in Safting Apricot, Lipsticks in klassischen Rot oder neue Nagellacke in vielen bunten Farben. Diese Trends vertreiben im Winter ein für alle Mal und begleiten euch in die warme Jahreszeit. Ebenfalls neu bei SheStyleZone trendige Frühlingsaccessoires. Also so was finde ich so bei Limited Editions ja nicht so toll, aber ich zeige euch mal die Eyeshadows. Ich werde auch schauen, also da gibt es vier Stück, vielleicht kann ich euch da jetzt ein Bild einblenden. Und zwar, das sind jetzt eigentlich überhaupt nicht, das ist die Farbe ganz komisch, das sind eigentlich überhaupt gar nicht meine Farben, eher so pastellig. Gefällt mir persönlich jetzt nicht so, aber wird sicher den einen oder anderen gefallen. Was mich sehr interessiert hat, sind diese zwei Lippenstifte und zwar vor allem der rosa-rote. Rote, ich weiß jetzt nicht, ob das so ideal ist wegen der Farbe. Rote Lippenstifte habe ich eigentlich zur Genüge, aber dieses rosa sieht sehr schön aus, ein helles rosa. Dann gibt es auch noch passende Lipglosse dazu. Da würde mich vielleicht der rote interessieren, denn rote Lipglosse gibt es nicht so viele. Einige Pastellnagellacke, die finde ich sehen auch sehr, sehr hübsch aus. Und dann noch so Frühlingsaccessoires. Also ich kann euch da gerne jetzt im Anschluss noch Bilder einblenden. Und vielleicht so mit dem kurzen Text, ich habe nachgefragt, ich darf das in diesem Video zeigen. Herzlichen Dank dafür und herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Und ja, also ich wollte euch jetzt, ich will das Video jetzt auch gar nicht zu lange und zu ausführlich machen, denn ich will zuerst mal sehen, ob ihr sowas erstens mal sehen wollt, ob euch das interessiert, ob es überhaupt sich auszahlt, wenn es jetzt über SheStylezone ist, also ob ihr das überhaupt bekommen könnt. Und ja, sagt mir einfach mal, was ihr davon haltet und dann schaue ich, wie ich das so einführe und ausführe. Und ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis bald. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen.